Das FZI Forschungszentrum Informatik beschäftigt sich seit seiner Gründung mit Feldbussystemen und hat die Entwicklung des Kommunikationsstandards Profibus von Anfang an maßgeblich begleitet. Nun ist es seit 2013 akkreditiertes Testlabor der Profibus Nutzerorganisation. Profibus ist eine Kommunikationstechnologie, welche den Datenaustausch zwischen Steuerungen, Sensoren und Aktuatoren in Industrieanlagen ermöglicht. Um sicherzustellen, dass diese Kommunikation auch in großen Anlagen reibungslos funktioniert, können Hersteller von Geräten mit den Schnittstellen Profibus PA für die Prozess- und Verfahrenstechnik und Profibus DP für die Fertigungstechnik ihre Geräte am FZI Forschungszentrum Informatik auf die Kompatibilität gegenüber dem Kommunikationsstandard testen lassen. Der Vorteil, Profibus-Geräte am FZI prüfen zu lassen, liegt in der Unabhängigkeit des FZI als gemeinnützige Forschungseinrichtung, die auch in vielen weiteren Themenfeldern der Automatisierung stets am Puls der Zeit ist. Alle Testingenieure des FZI sind Profibus PA Certified Engineers. Die Tests werden in separaten und zutrittsbeschränkten Räumlichkeiten durchgeführt. Für die Prüfung eines Testobjekts wird ein Vertrag zwischen dem Hersteller und dem FZI abgeschlossen. Nach der Übergabe des Geräts wird es zuerst einer Eingangsprüfung unterzogen, über deren Ergebnis der Kunde unverzüglich informiert wird. Verläuft die Eingangsprüfung ohne Beanstandungen, so wird das Prüfobjekt gekennzeichnet und bis zur Durchführung der Tests sicher verwahrt. Zu Beginn der Tests wird das Gerät in die Testumgebung eingebaut. Anschließend werden, abgestimmt auf die funktionalen Eigenschaften des Geräts, über 100 verschiedene Tests durchgeführt. In Hardware-Tests wird sichergestellt, dass sich das Prüfobjekt an seiner elektrischen Schnittstelle korrekt verhält. Danach werden in Software-Tests Protokoll, Profil und Funktionalität überprüft. Zum Schluss wird das Testobjekt einem Interoperabilitätstest unterzogen, in dem geprüft wird, wie es sich in einem Netzwerk aus mehreren Geräten unterschiedlicher Hersteller verhält. Der Fortschritt wird durchgehend dokumentiert. Dabei wird auch sichergestellt, dass der Auftraggeber über den Prüfablauf ständig auf dem Laufenden gehalten wird. Wurden alle Tests durchgeführt, erstellt das Testlabor den Testbericht und informiert den Auftraggeber. Mit einem positiven Prüfbericht des FZI kann dieser dann eine Zertifizierung durch die Profibus Nutzerorganisation für sein Gerät beantragen. Dieses belegt die Einhaltung der hohen Qualitätsanforderungen von Profibus Geräten und steigert dadurch das Vertrauen der Kunden. Die Tests sind somit Basis für den Erfolg der Geräte am Markt.